So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme der League of Legends, wieder Ranked's, hier in iGame mit Karl und Robert und wir haben gerade verloren und wollen diesmal gewinnen und ja. Hey, wir haben vor zwei Tagen verloren, meinst du? Ja, Robert. Ja, wir haben vor zwei Tagen verloren, sicher. Okay, Serious Gameplay hier. Ja, Serious Gameplay natürlich. Und ich spiele auch nicht Yasuo, weil er gebannt wurde, sondern weil... Weil er nicht gebannt wurde. Weil wir dem Gegner noch mal ne Chance geben wollen hier. Ja, stimmt, ganz klar. Wir haben im letzten Spiel schon festgestellt gehabt, dass ich mit Yasuo alles ficke und deswegen sollte ich ja... Ja, es war einfach zu langweilig. Ja, wir wollten einfach mal ein bisschen mehr Action in unserer Beziehung dazu, Leute, deswegen haben wir einfach beschlossen, das sein zu lassen mit Yasuo. Ja, das probiert jeweils. Deswegen spielt auch keiner Fete und deswegen spielt mich hier auch kein Jarvan, also nicht die guten alten Zeiten. Aua, 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 aua... Willkommen im gewunden... Fühlt ihr auch nicht selbst weh, na, aua, 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 aua... ja man, du hättest das gestillt? auf jeden Fall sehr serious hier wieder das ist doch langweilig alter, du hättest da auch gleich was zum abspritzen nehmen sollen ja, dein eh Robert oh, oh, ah nee, oh ach ja, falls ihr es im letzten Video noch nicht mitbekommen hattet die Vasallen sind erschienen ich spreche nur die Wahrheit ah ok lohnt sich was ist das eigentlich für ne, also was für Musikrichtung hat die? keine Ahnung was das für Musikrichtung ist was? keine Ahnung, scheiße ich kann nicht, ich kann nicht mal sowas nicht einordnen ich will mich nicht brechen ach so, ok, ich dachte ich weiß nicht, was das für Musik ist, weil du sie noch nie gehört hast moin ok Elise ist Jungle, wir haben hier Kassion oh, ich hasse der Jungle, da auf 3 gegen 3, löscht es mir damit auch noch 6 Meter ah, gibt es über 3 gegen 3 im Meter keine Ahnung, es gibt allgemein die Meter die sollen allgemein die Meter aufhören es gibt 2 Meter auf 3 gegen 3, eine mit 3, eine mit Supporter ja, wir befolgen keine ja, wir befolgen irgendwie gar keine doch, Carlos ist meistens der Supporter bei uns ja, wir haben sie bringt die Sonne zum Tor Aua 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 Schlammer penetriert heisst die Nacht willkommen kommst du weg? nene doch lol, ok hm, was sonst? vielleicht wird der jetzt nicht mal besser vielleicht wird der jetzt nicht mal besser oder Robots, da ja dass die einen Jungle da haben so dass die vielleicht lieber aufhören und pushen das wäre vielleicht auch nicht oder du pusht einfach eiskalt weiter oder du pusht mir was gesagt Slash ignore Slash Card hm wo war das? bei Black Ops war das mitkommst also Slash Admin Slash Ben bei Black Ops mit der Front ok, 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 ok was denn? er war underestimated na, weil du sitzt ja mal mit ein bisschen wir waren halt kein Exhaust mehr sehr schön denk ich wie wir uns in der Teilen waren also nur mal so als Info ich hab Abrax seit 2 Monaten oder so nicht mehr gespielt yeah toll, dass Simon Seng wieder gespielt läuft von mir mhm so, Schatz sowas hat echt gesehen so release von uns yeah ok, sorry übrigens liebe Zuschauer was soll ich sagen ich bin im Solo Queue als Funkster 1 eingeschubt worden du hättest gesagt du hättest ich hättest das sagen bevor es euch irgendwann was neigt ich mich berogen dazu gefühlt was zu sagen wenn ich sage lass mich denn hier lass mich denn hier lass mich denn hier dann nimm ihn du mutterliebhaber 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 mammalava yeah mammalava mammalava oh die sagst du's Du gehst rein, was zum... Leute, das sieht voll cool aus deinem Map aus. Du gehst hin und hin und hin und hin und hin. Es ist Casio. Oh mein Gott. Kein was kann man. Kein Fleisch mehr von Elisa. Ok. Da hab ich zu Robert geschaut. GG. Ich glaub ich hab noch Dorans, Achtung. Die hat kein Fleisch mehr. Ich weiß nicht, dass sie weniger gefährlich ist. So, wenn wir Level 6 haben, dann ficken wir die so easy die Casio und so schnell fallen. Ich hab da jetzt ein bisschen mehr Begeisterung erwartet. Yeah! Das war mein Chaos. Das war mein Chaos. Ich bin ein bisschen schwul, aber yeah! Yeah! Ich muss schwecken! Bring die Sonne zum Boden! Wollen wir auf die Casio rauf? Auf die Casio? Komm! Jo, klar. Ich hab zurück! Oh, 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 oh! Schmerzen! Aber Mundo steht auf Schmerzen, deswegen ist das in Ordnung. Wie geht's? Es ist das in Ordnung. Es ist sowas von Casio, Alter. Okay, aber... Es ist sowas von nicht Casio? Äää, Elisa, Elisa ist wie auch ein Ding, der hat. Ich glaube nicht. Ich bin klar. Ich glaube nicht. Ich komm hoch, Robert! Auf die Elisa. Sehr schön Okay, nicht so schön Klar Buss, zau Okay Sie wollten Oh, Robert, sorry Robert, lebst du eigentlich noch? Robert lebt noch Sag mal was Ich bin jetzt zweimal gestorben, weil ich es einfach nicht hinkriegt, so zwei zu pushen Wie immer Eigentlich Ja, warum erwartest du denn was anderes? Weil es vor uns in einem Game, wo wir so Vor zwei Tagen in einem Game, wo wir verloren haben Darf ich es hingekriegt, oder wurde trotzdem topgeganged? Ja Kann also nicht an uns liegen Hm, so sorry, bro Und ich treffe an der Ex, was mich ziemlich traurig Okay, du bist fett, ne? Bitch Nein, lass es Sie macht mehr Damage über Zeit als du Hm, ja Halte ich für ein Gerücht Sehr schön, sehr schön, sehr schön Oh mein Gott, der Liese Da ist die Minus auf deiner Seite Ich komme so schnell, ich kann Äh, ja Ich habe diese hinter mir Okay, die Schillwarner checkt es irgendwo Ich gehe hoch zur Schillwarner Äh Bist du schlau? Okay Ja, das war schlau Auserwesetes Mond Komm schon Oh mein Gott Komm schon, bitte, Michael Nein, ich habe nichts Ich habe jetzt erst Ulti Und da ist Kassi Das ist aber was von egal Okay Ah, Robert Tod Oh, shit Mann, das sieht irgendwie voll durchwachsen aus Sieht voll durchwachsen aus Das ist nicht ganz schlecht Aber wirklich gut Das ist auch nicht Ja, dann sagt er sich auch Für uns Wörter, die ich kenne, K Du weißt, mein Wortschatz ist begrenzt Äh, nein, wusste ich zwar nicht Aber jetzt weiß ich Oh, shit Ja, wir pushen So wie Robert es will Meister, Robert hat versprochen Ja, ihr seid an euren Tower gepusht Also das sollte eigentlich auf einer Duelay Meister sein Ja, ich war gerade Du warst ja, hast du gesehen Denke ich mal Ich bin nicht angry, King Ich spreche nur die Wache Ich spreche nur die Wache Ihr kommt runter Jep, und ich komm Lauf, Karl, lauf Ich kann nicht umkehren Nope, not today Okay, ne, ne Äh, Vorsicht, die kommen hoch Die kommen Die schlumpen Ja, die machen in den Altar Können wir auch nichts machen, als wir Nee, leider nicht Aber jetzt kommen sie hoch Und sie weg Oh, 나가 Jetzt Nós Wir sind keine Ulti und ich weiß die ganze Zeit wer Äh Come Robert M-Easy-Bekind Oh mein Gott! Fuuuck! 4-2-Kazua, 4-2-Elese, 2-2-4-Shiwana Und Schiwana geht auf Schaden, also Schiwana ist scheiße Das kann ich schon mal in ihrem Bild sagen Niemand geht mit Schiwana auf Hüterhahn, der ist doch tot, der ist scheiße Okay So Damit hab ich jetzt wirklich einiges klargestellt Ja, das kann ich noch nicht sagen können Ja, das kann ich noch nicht sagen können Wow, das ist der Majest Ja Spinne Vorsicht, der Lise könnte zu dir auf dem Weg sein Wo muss ich Wir pushen ja eigentlich, so zieh mich zurück Ja Ups Ich brauch Hilfe Top Ich glaub, ich find es ist effekt ja Komm, die tötest du jetzt auch, die Schiwana, ich kann nichts Das gehört bestraft, sowas gehört bestraft, sehr schön Okay, wir kommen doch zurück ins Spiel Okay Wir machen einfach die Casio weg, weil die ist scheiße, ich war viel besser mit Casio Ja Vielleicht nicht im letzten Spiel, aber vorher Und dann läuft das Oh ja, oh ja Mit Dian hab ich bisher auch, okay Es waren bisher noch nur 5 Games, aber ich hab 80% davon gewonnen Also 4 Krass, Alter Krass, Alter Ich kann nicht umgehen Ich kann nicht umgehen SS Meine Augen sind auf Ohhh Heiß geil Ein Top Gesehen Zur Kenntnis genommen Wir gehen hoch, Carl Sie kommen runter Wir gehen hoch Wir gehen hoch Wir gehen hoch Sie kommen runter Sie kommen runter Oh ja Null Ja. K, sag mal, dass du sie wenigstens kriegst. Ja, hab ich. Okay. Mach dein B aus. Das ist keine Ulti. Oh, komm, lauf, kein Flash! Oder sowas. Ah, scheiße. Das mit der Elise ist böse, die haut sich einfach hoch. Bis die Casio damals kam, ja, wir müssen dann wirklich zuerst die Casio und dann die Shibana. Und wenn die Shibana jetzt so mehr Schaden macht, erst die Shibana, äh, zweit ist die Shibana, aber erst die Casio. Hier, ne? Ich hab was im Haus. Ich hab immer noch was im Haus. Soll ich mal pusten, damit's weggeht? Merkli, merkli. Komm. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Good job. Nicht mal den Altar schlamm. Obwohl sie ihn schon mal hat. Oh mein Gott. Hat sie gerade geflasht und Ulti gemacht? Keine Ahnung, ja, ich glaube schon. Jawohl. Ich bin im Grunde, Marburger. Hast du Magie-Refense? Ja, okay. Das ist gut. Sieg ihr Magie-Refense. Das ist gut. Robert-Solo-Spinner. Hat auch genug funktioniert. Oh mein Gott. Boah, perfekt. Sogar bin ich da. Sogar bin ich da. Sogar da bin ich jetzt. Mega geil. Mit Aratrox geht das eigentlich relativ einfach. Ich komme kaum. Da oben die Shibana. Ich habe sehr viel geschleppt, äh, weg und geschleppt. Ja, genau. Geschlepp auf jeden Fall, Alter. Warum ist Michi nicht mitgekommen, Eivild? Weil ich schaute die Casio ab. Ja, wow. Er ist mitgekommen, hätten wir die beiden auch mal alleine getötet. Und dann wäre es... ...gewonnen. ...gewonnen. Ach, krieg dich da. Dieses kriegt mich nicht. Äh, wir kommen alle runter. Dieses kriegt mich nicht. Boah, das hab ich nicht gekriegt. Meine Augen sind offen. Hm. Happert Wolfs... ...wos... ...lipper. Bitte, weiß. Was heißt der Typ? Die... 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 Komme, ich komme, ich komme. LoL, Alter. Ja, finde ich doch. No, Sir. Ich glaube, das sieht langsam echt gut aus wie ein bisschen. Wir dürfen halt nicht engagen, wir müssen halt engagen. Jep. Und wir können den allen Ataffen dazu machen. Wollen wir sie difen? Wir können sie difen. Ja, ich weiß nicht. Nein, dann lassen wir es. Okay. Heißt die Nacht willkommen. SS, Schwierbar da. Hm. Wir müssen uns jetzt wieder zurückziehen. Ah, wie sieht. Mega-Terrorist-Game-Flash. 3,500 Leiden. Jetzt, jetzt gerade ist es- ...Terrorist-Game-Flash. Ich kann nicht umschreien. Achtung! Was ist denn so? Fuck, man. Ich kann nur eine benutzen. Meine Augen sind offen. Willst du dich exequten? Ich hab mal bei der Passive. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Carl fehlt. Ich kann da nicht rein, Robert. I'm so sorry. LoL. Gole. Ich kann nicht rein. Sie konnten mich nicht brechen. Carl, ich geh schon. Warte Carl, ich komm von oben und ich f***. Geht auf. Ich werde gehören. Komm, gib mir! Ich wollte sie sich töten, weil ich hätte ja jetzt noch einen Hit geben können, aber ich würde warten bis du sie kriegst. Okay, äh, boah. Zurück. Die gehen auf die Nerven in die Gegner. Das ist gut. Ich kann auch nichts. Okay, gehen wir drauf, Robert? Nein. Ein offener Inhibitor, okay. Nicht okay. Ganz okay. Ja, das wäre mir so okay. Notiert. Sie wollten nicht. Ich weiß, dass wir noch gar nichts von denen gepusht haben, das ist... Ein Ace wäre ganz praktisch. Ein Ace ist immer praktisch. Vielleicht sollten wir ja zusammen gehen, hoch zu Robert, Carl. Aber wir können sie hier abfangen. Also komm hoch. Das ist wie so eine Ablust. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Ja, ne. Ja. Ich hätte es noch ein bisschen gewartet. Ich komm, Robert. Ich komm. Casio hier. Lisa auch hier. Scheiße. Schatz, schneller spinn, ey. Ich geh gar nicht. Wenn es euch einen Exos macht, ich bin da ein bisschen unschüssig. Das ist halt von... Siwana ist raus. Uhhh, dead Missy. Goll, dead Kao. Wenn, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zuerst, äh... Robert, du musst auf Shyvana, weil die hat so wenig Rüstung, so weniger als Makira-Stenz auf jeden Fall, und ich mach Casio-Grosshau. Wow, jetzt werd ich fast rein. Je, je, ich hab keine Ulti. Wir sind noch zu zweit. Ja, jetzt auch. Ja, ich war... tot. Der Liesis dann hat mich getroffen. Fuck. Nee, das ist immer praktisch. Scheiße. Nee, das ist immer praktisch, ja, aber nicht für uns. Los, komm, ich lebe gleich wieder. Ja, gleich. Äh, nur ein vernünftiger Team. Ein vernünftiger, und der wendet alles. Wir kommen grad nicht zu vernünftigen. Die haben auch ziemlich Sputfuckteam, ganz ehrlich. Blitpushen auch die ganze Zeit. Ja, Spherepushen. Ja, die haben schnell Waveclip. Ich bin da? Auf der M use. Ich werde geschehen! Ich werde geschehen! Ich werde geschehen! Ich werde geschehen! Bring die Sonne zum Grund! Nein, aber ich muss nicht losgehen, das sieben auch schon wieder. Ich wünsche sie ein bisschen, ja. Ich komm hoch. Auf Kaisung. Wir haben verloren. Das sehe ich nicht. Gut, so weit sind wir das Gegenteil. Ich gehe immer noch mit einer positiven Reinschirr. Nee, Teamfight ist bloß nicht einfach weg. Kaisung muss zuerst weg. Und durch diesen hässlichen Flächenschirm von Kaisung. Fuck. Kommt Leute. Und die anderen rennen. Los, 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 los. Fuck. Ah, naja, machst du nichts. Vielleicht geh ich wieder wegdrücken. Nein. Ja, ähm. So ein letztes Einwirkungsspiel. Ja, genau. Von 5 haben wir 3 gewonnen. So. Okay. Silber 1. Silber 1. Oh, das hättest du jetzt noch nicht sagen. Über eine Broschung. Ja. Okay. Passiert, ne? Waren halt... Wartfuck Champs und wir waren... Was waren wir? Waren wir schlecht? Waren wir nicht gar nicht so schlecht. Nee, egal. Der Screen sagt was anderes, verloren. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Die Leitung wird einer substrate-渡ange, eröffnet acht느라, Bis zum nächsten Mal.